Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde, die Folge 365, jawohl, ein Jahr Minecraft, 365 Tage Minecraft, aber, 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 es stimmt nicht ganz, weil ich hatte zwischendurch meine tägliche Sendung unterbrochen, weil ich da Windborn mit reingeballert hatte. Und deshalb ist das alles nicht so exakt. Normalerweise wäre das ja schon rum. Oh, zumindestens haben wir ein Jahr Ufoman LP, auf jeden Fall, ein paar Tage drüber sogar, ein Jahr Ufoman LP und ich mache keine Sondersendung, ich werde lediglich diese Folge nennen, ein Jahr Ufoman LP oder so. Äh, ich habe da auch ehrlich gesagt, Zordon hatte letztens, ach guck mal, das ist doch nicht schick hier, das machen wir mal noch zu. Zordon hatte letztens geschrieben, ey, ein Jahr und so, das ist mir wieder eingefallen. Aber, ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, irgendeine Sondersendung zu machen. Ich habe heute meinen neuen Kanal Trailer gemacht, das ist so ein kleiner, kleiner kreativer Akt gewesen. So, so, siehne neue Schienen verlegen, Jungs, keine Müdigkeit vorschützen, meine Freunde, so. So, und der Kompass dreht sich noch. Ja, was soll ich dazu sagen, ein Jahr Ufoman, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe. Und, dass ich die eine Folge Minecraft am Tag dann nicht mehr gemacht habe, hat er ja mehr so planerische Gründe. Ja, zeitliche Gründe, okay, so kann man sich immer rausreden. Ja, aber es war schon okay, es war auch alles innerhalb meines Plans, meines genialen, fiesen Plans. So, weiter geht's, wir sind im Nether und wir bauen und bauen und bauen und bauen und bauen und bauen den Schienenstrang. Wo wir ja irgendwie raus, letztens ausgerechnet hatten, wie viele Millionen von Schienen wir brauchen. Aber wir sind da mal ganz optimistisch und bleiben dabei. So, guck mal, das reicht doch jetzt, oder? Guck mal, hier kannst du eine Power-Schiene nach der anderen machen. Das geht ruckzuck. Wenn du ein bisschen Fahrt drauf kriegen willst, dann Power-Schiene. So, und jetzt rennen wir wieder zurück und steigen in unser Kart und dann ist alles schick. 22 Erfahrungspunkte schon, juhu, 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 juhu. Und ich brauche, glaube ich, ein paar neue Spitzhacken. Werde ich mir gleich mal basteln. Ein bisschen Holz habe ich ja noch. Oh, hier ist irgendwie ein Slime. Hier schleimt irgendwo ein Slime rum. Ah, genau, von meinem Haus. Ein Magma-Schleim sogar. Ah, diese Magma-Schleime, die haben es echt in sich. So, dann machen wir uns mal hier ein Stöckle. Ein Stöckle. So. So. So und so und so. Ja, so. Tja. Wollen wir jetzt die ganzen Spitzhacken? Ach, wir nehmen das alles mit. Ist egal. Aber wir können mal schon mal ein paar Stacks von dem Zeug. Da ist ja jetzt einiges zusammengekommen. Das können wir mal... Brauchen wir nicht mitnehmen. So. Ja, okay. So. Machen wir mal weiter, wa? Essen haben wir noch? Okay. Also Nahrung sagt man ja dazu. Nein, warum fahre ich ja nicht mit der Bahn? So. Zack. Juhu. Das ist natürlich cool. Finde ich ziemlich geil. Hier diesen Nether-Tunkel. Tunkel. Diesen Nether-Tunkel finde ich total gut. So. Müssen wir uns hier ein bisschen ausrüsten. Mit Spatzhacken. Mit Spatzhacken. Ja. Weiter geht's. Weggespatzelt hier. Mal gucken, was hier labermäßig... Wir müssen echt vorsichtig sein mit der Lava. Ah, hier könnte ich schon wieder eine Lampe rein. Sieht auch immer schön ein bisschen besser aus. Und wir machen weiter. Also jetzt müssen wir wieder so 800 Blöcke nicht... Also wenn wir 1000 Blöcke schaffen wollen, 1 zu 8, dann müssen wir hier 200 Blöcke machen. Und wir brauchen noch etwa 3000, mindestens 3000 Blöcke. Durch 8. Warte mal, ich gucke mal kurz. Taschenrechner. Taschenrechner. Ja, ich kann jetzt nicht im Kopf ausrechnen. Gerade jetzt nicht. So normalerweise ja. Ich trete ja auch einen Zauberschuss auf. Ähm. 365 Blöcke müssten wir machen. Um diesen... Oh, ich höre was. Gucken. Okay. Wir sind zurück. Okay. Ähm, ja. Ich meine, es ist nicht mehr ein paar Folgen. Vielleicht noch und dann sind wir wieder in Ufotopia. Ich freue mich schon. Wenn wir nah genug dran sind an dem anderen Portal, dann müssten wir ja fast in dem Portal am Netta-Tempel rauskommen. Falls sich jemand von euch noch dran erinnern kann. Ist ja schon ein halbes Jahr her. Wo wir das letzte Mal in Ufotopia waren. Wir wollten eigentlich nur die Welt 175 ergründen. Äh, 174 ergründen. Ach Quatsch, die Pferdewelt noch länger her. Mein Gott, wie lange ist das her? Die Pferdewelt. Mittlerweile ist ja schon normal, dass es Pferde gibt hier. Aber damals, damals gab es noch keine Pferde. Hier bei Minecraft. Als ich angefangen habe, als Jungscha Spund. Da gab es noch nicht ein Pferd. Da mussten wir uns mit Keller asseln. Apropos Keller asseln. Neuerdings, ähm, auf meinem Gäste-Server, da habe ich ja die 175. Die ganze neue Welt. Die habe ich hier, glaube ich, auch. Fällt mir gerade ein. Und da kommt, ah, da kommen ewig viele, äh, Keller asseln aus den Steinen. Was ja früher mal war, das ist ein Zeichen dafür, dass in der Nähe das, äh, das End ist. Aber, naja, ihr wisst ja was. Oh, guck mal da. Jetzt, 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 jetzt kommt eine Höhle. Mal gucken, was da passiert. So, lassen wir mal gucken. So, machen wir hier noch eine Fackel rein. So, gucken wir uns mal an, diese Höhle, ob die irgendwie interessant für uns sein könnte. Ui, 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 die könnte interessant sein, durchaus. Lassen wir uns hier mal runterladen. Oh, guck mal, das ist ja eine richtige Treppe. Oh, ist ja cool. Eine natürlich gewachsene Treppe. Das finde ich ja sehr eigenartig. Ui, ui, ui. Hier ist nichts. Ein blinder Gang. Ein blinder Gang. Hier ist unser Tunnel. Okay. Und hier? Wo geht's hier hin? Wow. Oh, oh. Die unterirdischen Geheimnisse lauern hier wohl. Guckt euch das mal an, was hier für eine... Was das für eine Struktur ist hier. Oh, wir sind hier mittendrin im Netherberg. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal in so einer Nether-Kathedrale drin war. Oh, die findet man aber auch wirklich nur, wenn man mutig ist und sich hier reinwagt. Guckt mal, was haben wir hier. Oh, wie spannend. Wie spannend. Ist aber auch etwas hier... Guckt ihr das mal an? Eine innere Struktur. Leider gibt's... Guckt mal, noch so eine Struktur. Oder ist das die, wo wir waren? Wo wir herkommen? Ich glaube, das ist die, wo wir herkommen. Ja, jetzt könnten wir natürlich, um schön XP's zu machen, könnten wir jetzt hier Quarz farmen. Machen wir auch mal. Bisschen dunkel, wa? Machen wir noch ein bisschen Licht an? Oh, das schöne Gebimmel, das mag ich ja auch immer so. Okay, machen wir mal ein bisschen mehr Licht an. Ob wir da runter wollen, ist fraglich. Will jemand von euch da runter? Ja, Ufo-Mann will da runter. Haha. Ufo-Mann will da runter. Los, komm, wir gehen mal da runter. Will man ja nicht gleich sterben von. Oder? Kann auch sein, dass wir davon sterben. Aber wir probieren's mal. Ja, gib mir das Quarz, Baby, Baby, gib mir das Quarz. Ba-ba-ba. Ba-ba-da-da. Oh-oh. Hier könnte man zum Beispiel mal ein Lämpchen einbauen, damit man ein bisschen was sieht. Ei-ei-ei-ei, das ist aber komplex hier. Da runter zu springen, habe ich eigentlich keine Böcke. Ist auch sehr dunkel, ich sehe kaum noch was. So, na, gelernt ist gelernt, was? Ja. Eine zusätzliche Beleuchtung wäre vielleicht ganz schick. Oh, da habe ich gerade was knistern gehört, da habe ich einen Schreck bekommen. Ich dachte, das ist ein explodierender Creeper. Oh, die Tiefen der Unterwelt. Alter Schwede, guckt euch das an, was das hier für eine Katakombe ist. Oh, guckt euch das an. Und da oben ist, glaube ich, noch, da geht's noch rüber woanders in eine offene Höhle vielleicht. Also wir sind hier tatsächlich in der Unterwelt à la carte angekommen. Machen gleich mal hier die hässlichen Feuer aus. Weiß gar nicht, wie die da reinkommen. Wusstet ihr eigentlich, dass es hier so Höhlen zu erforschen gibt? Die scheinbar, äh, öh, unendlich sind. Ist aber total sinnlos, weil hier gibt es überhaupt keine Ressourcen, die mich irgendwie interessieren. Da könnten sie wirklich noch was einführen. Im Nether gibt es so wenig Zeug. Na gut, hier könnte man noch hier von der Decke, äh, das ist wahrscheinlich eine Falle. Da kommt gleich Lava runter. So, keine Lava. He, 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 keine Lava, keine Lava. So, ja, ja, mehr Quarz, mehr Quarz. Da können wir ja ein Quarzhaus bauen, sag mal. Wirklich so viel Quarz mitnehmen. Ja, ich weiß, ich habe oben einen hängen gelassen, habe ich gesehen. Ba, ba, ba. Hat sich ja nun gar nicht gelohnt hier. Hat sich ja gar nicht gelohnt hier rein zu gehen. Ja, und mit unserem Tunnel weitermachen. Ich glaube so mehr als Quarz in Maßen. Werden wir hier nicht finden. Machen wir unseren Tunnel weiter. Ich will wieder zurück nach Hause, nach Ufotopia. So, guck mal hier. Ja, Tunnel, Tunnel, hallo Tunnel. Da sind wir wieder, es geht weiter. So, dann gucken wir mal, was wir hier weiterkommen. So. Gut. Das ist mir zu breit. Okay. Okay. So. Hier ist okay. Und hier können wir dicht machen, wa? Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ich muss echt immer daran denken, hier die Fackeln hinzubauen. Jetzt wird das echt zu dunkel für euch. Ich sehe auch gerade noch so mit der Schrumpfqualität bei YouTube. Ich weiß gar nicht, was das soll mit dem HD. Okay, die HD hat halt scheinbar nichts über die Qualität zu sagen, sondern nur über die Auflösung. Zum Beispiel 1000 sowieso mal 1000 sowieso, habe ich langsam den Eindruck. Weil ich meine, was da immer geprotzt wird mit HD und so. Scheiß, High Definition, vergiss es, ey. Ich bin jetzt wieder runtergegangen auf 700, noch auf 720, weil da ist überhaupt gar kein Unterschied. Und das geht viel, viel schneller zum Hochladen, als wenn ich die großen Formate mache. Also kein Unterschied zu der Qualität, die ich, Qualitätseinstellungen, die ich habe. Die sind natürlich nicht extravagant hoch. Aber wenn ich mir zum Beispiel, um mal darauf wieder zurückzukommen, ein Video von Kronke angucke, der, glaube ich, meine höchstmögliche Qualität bietet. Der auch mit der, die dementsprechende Zeit hat, das hochzuladen, weil das wahrscheinlich seine Leute machen. Ne, was ist denn da? Was ist denn da? Sieht doch nicht besser aus. Oh, guck mal hier. Nicht viel besser. Oh, alter nein, das ist eine verdammte Riesenhöhle. Oh, ho, ho, ho. Da will ich aber nicht rein, weil da gibt es gar nichts. Noch nicht mal Glowstone. So. Oh, ja, ja, guck mal, da sieht man ja nicht mehr das andere Ende. Da müssen wir, glaube ich, jetzt die Eisenbahn schon wieder verlängern. Ja, ja, das geht ruck, zuck, ruck, zuck, ruck, zuck, ruck, zuck. Irgendwann werden unsere schönen Gleise alle sein. Alle, alle. Clevererweise, clevererweise, clevererweise habe ich, warte mal, okay, clevererweise habe ich ja scheinbar die anderen wieder in den, in die Kiste zurückgelegt. Da werden wir gleich mal hinfahren. Nur ein bisschen Nachschub holen. Juhu. Juhu. Ah, 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 ah. Aber ob der dann da stehen bleibt, oder? So, jetzt rausspringen, damit das Ding nicht zu weit fährt. Ja, kriegt er nochmal einen Schub. Ah, siehste, hier haben wir die nämlich, äh, aus Versehen, haben wir die hier gelassen. Und Inventar ist schon wieder voll, klasse. Klasse. Und wie viele Steinschen wir schon haben von dem Netherzeug. Da bin ich, glaube ich, damals extra in Nether, um für die Kirche in Ufotopia, um da für die Netherziegelzeug zu holen. Und jetzt haben wir so viel, aber durch diese Verbindung, jetzt können wir diese ganzen Rohstoffe dann auch nach Ufotopia schaffen. Und jetzt hören wir mal, zack, jetzt springen wir mal ab und hoffen, dass sie nicht zu weit fährt. Nein, nein, bleib stehen. Ja, schön, sehr schön. Das ist eine sehr vernünftige Lore. Lore, gut, gute Lore. Gute Lore. Eine der besten Loren überhaupt. In der Welt der Loren. Jo, guck mal, wie das vorangeht hier. Guckt ihr das mal an, wie's Brezel backen. Ich habe ja irgendwie den Eindruck, auf diesen Stein lässt sich super gut bauen. Das wäre nicht besonders, ups, nicht besonders stabil, aber, äh, 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 ist ja nicht schlecht, oder? So, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Ja, ich weiß, ich versuche hier schon wieder künstliche Stimmung zu machen. Verzeiht mir. So, und jetzt noch eine. Zack. Zack. Ich höre hier überall, die können hier gar nicht sein. Ihr hört die bestimmt auch hier, die Garste. Können aber rein von der Relativitätstheorie können hier gar nicht sein. Geht gar nicht. Es geht einfach nicht. So. Ba, ba, ba. Jabu, bab, jabu, bab. Juhu. Es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Weiter geht's. Auf unserer Reise durch den Nether. Mal gucken, hier schön vorsichtig sein. Nicht so nah rangehen. Und hier machen wir gleich mal zu, hier. Dieses Tor der Verdammnis. So. Wollen wir gar nicht haben, sowas. Ich höre die in der Nähe. Lava. Wenn wir richtig Pech haben, dann kommt hier eine Lava, die wir gar nicht mehr stoppen können. Ich höre sie immer noch in der Nähe. Wir müssen ja ganz vorsichtig sein. Auch wenn ich jetzt die Fenster gleich, äh, die Kerze gleich einbaue. Warte mal. Das machen wir mal hier so von schräg. So. Okay. Und dann hier noch einer von schräg. Die da. Okay. Sicher ist sicher. Ja, so. Ich höre sie schon wieder knistern, die Lava. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Hörst du knistern, die Lava. Ja, ich höre sie. So. Quarz. Reicht mir das Quarz? Lass uns eine Quarzen. Bergkristall ist auch Quarz, oder? Oder ist Quarz Quarz? Wenn dich einer von euch auskennt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob Quarz Quarz ist, oder? Aber nicht hier einfach von Wikipedia da reinkopieren. Ja, das ist mir immer zu einfach. Ich möchte, dass ihr dann Doktorarbeit über Quarz reinpostet. Oh, ich höre die Lava. Ich höre die Lava. Die brutzelt mir hier gleich die Rübe weg. Ich gehe nicht da oben gucken. Da ist nichts Interessantes für mich. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Nur Glostone könnte mich jetzt noch interessieren. Und das Quarzkristall da hinten, das will ich auch nicht. Und hier muss noch, bing, eine Lampe rein. Zack. Aber wir sind doch schon ewig. Also hier kommst du wirklich richtig schnell voran. Ich bin ja da sehr optimistisch mit Ufotopia. Wenn das hier so bleibt, dass wir hier in diesem Bereich uns durchkämpfen können, dann bin ich da echt optimistisch. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich noch genug Obsidianen, um noch ein weiteres Nesertor zu bauen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und jetzt kommt hier der, na wie heißt er, der Salzer, der Chacha, der Boogie Boogie, der Dingsbums, der Salzer, was ist? Das ist, glaube ich, Salzer, oder? Oh, Alter, es geht hier vorwärts. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht übermütig werde. Ei, 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 alter Schwede, Junge, das geht ja hier wirklich richtig ab. Vielleicht sollte man so eine Umsteigestation machen. Machen wir erst mal weg. Da kommt hier eine ran, 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 eine ran. Jetzt könnten wir schon wieder eine Antriebsschiene machen. Natürlich mit meinem bewährten Sensor- Schienensystem. Dazu sind sie auch da. Ich verstehe ja nicht, warum die keiner benutzt. Immer die immer alle mit ihren Fackeln, die wird man da runterstellen. Das ist ja auch noch aus der Version 0,8. So. Juhu, juhu, die Bahn sitzt schief. Oh, das ist aber einer. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist ja jetzt wirklich eine berauschende Fahrt geworden. So, meine lieben Freunde, das war's für heute. Die legendäre Einjahresfolge Einjahr UFO-Mann-LP und wir gucken, wie es weitergeht. Äh, keine Sonder-Sonder-Sonder-Sonder-Sonderspecial-Sendung, aber nachhin eine Sendung. So, guck mal, das nehmen wir uns noch schnell. Ach so, ja, äh, Dankeschön äh, fürs Zugucken und für alles, ja. Gruß, euer lieber UFO-Mann, grüßt die Gemeinde. Tschüss. Tschüss.